Das Bad ist keine Nasszelle mehr und die Küche kein Zweckraum. Bad und Küche öffnen sich und werden als Wohnraum empfunden. Das Bad als Wellness-Oase und die Küche zu einem Treffpunkt, in dem man mit Freunden und Familie gerne kocht. Wer sich hier anspruchsvoll verwirklichen will, findet bei Dornenbracht die richtigen Anwendungslösungen. Bei Connected Comfort haben wir Partner gefunden, die sich durch hohe Markenqualität, zukunftsfähiges Design und innovative Technologien auszeichnen. Diese Plattform bietet uns die Möglichkeit, anspruchsvolle Systemlösungen zu verwirklichen. Untertitelung des ZDF, 2020